Wolfgang Rolf ist ein deutscher Fußballtrainer und ehemaliger Fußball-Nationalspieler. Er war zuletzt rund vier Monate als Co-Trainer von Thomas Schaaf bei Hannover 96 tätig. Rolf ist verheiratet und hat einen Sohn. Karriere Rolf begann seine Spielerkarriere beim TSV Lammstedt, bevor er 1978 zum OSC Bremerhaven kam, wo er in der Saison 1979-80 den Aufstieg in die zweite Bundesliga schaffte. Im Jahr 1980 wechselte er zum SC Fortuna Köln, weitere zwei Jahre später zum Hamburger SV, mit dem er 1983 den Europapokalsieger der Landesmeister und die deutsche Meisterschaft gewann, bei dem er das entscheidende Tor zur Meisterschaft schoss. Nach vier Jahren dort wechselte er zu Bayer 04 Leverkusen, wo er 1988 als Mannschaftskapitän den UEFA Cup gewinnen konnte. Weitere Stationen in seiner Spielerlaufbahn waren Racing Straßburg, KFC Uerdingen 05, der Karlsruher SC und der 1. FC Köln. Der letzte Verein seiner Spielerkarriere war erneut der SC Fortuna Köln, wo er im Jahr 1996 seine Laufbahn, mit insgesamt 356 Erst- und 126 Zweitliga-Einsätzen, beendete. Zudem nahm er an der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko sowie an den Europameisterschaften 1984 und 80 in Frankreich und 1988 in Deutschland teil. Er bestritt insgesamt 37 Länderspiele für Deutschland. Eine seiner größten Leistungen im Nationalmannschaftstrikot war die Bewachung des französischen Spielmachers Michel Platini im Weltmeisterschaftshalbfinale 1986 in Mexiko. Rolf begann seine Trainerkarriere als Co-Trainer zur Saison 1996-97 beim Hamburger SV. Seinen ersten Posten als Cheftrainer hatte er in der Saison 1997-98 beim Zweitligisten SV Meppen. Konnte dessen Abstieg in die Regionalliga jedoch nicht verhindern. Nach nur einer Saison wurde er erneut Co-Trainer, diesmal beim VfB Stuttgart, wo er auch kurzzeitig als Interimstrainer tätig war. Im November 2000 trat er erneut eine Stelle als Co-Trainer an, diesmal bei Bayer 04 Leverkusen, bevor er zur Saison 2001-02 die kuwaitische Nationalmannschaft übernahm. Dort war er bis zum Oktober 2002 tätig. Mittwoch 1. Juli 2004 wurde Wolfgang Rolf Co-Trainer bei Werder Bremen. Am 20. Mai 2010 gab Werder Bremen bekannt, dass der Vertrag bis 2012 verlängert wird. Eine weitere Verlängerung des Vertrages erfolgte am 21. Mai 2012 um weitere zwei Jahre bis zum 30. Juni 2014. Nachdem sich der SV Werder am 15. Mai 2013 von seinem Cheftrainer Thomas Schaaf getrennt hatte, übernahm Wolfgang Rolf als Interimstrainer zusammen mit Matthias Höhnerbach befristet für das letzte verbleibende Spiel der Saison die Leitung der Bundesliga-Mannschaft. Am 24. Mai 2013 wurde bekannt, dass sich Werder Bremen ebenfalls von ihm, Höhnerbach und Torwart-Trainer Michael Kraft getrennt habe. Vom 1. Februar bis 30. Juni 2014 war er Co-Trainer der Nationalmannschaft Aserbaidschans. In der Saison 2014-15. war Wolfgang Rolf Co-Trainer bei Eintracht Frankfurt unter dem Cheftrainer Thomas Schaaf. Ab August 2015 war er Cheftrainer in der Kuwaiti Premier League bei Al-Samiya Club. Im Januar 2016 kehrte er nach Deutschland in die Bundesliga zurück, wo er als Co-Trainer bei Hannover 96 erneut an der Seite von Thomas Schaaf arbeitete. Der Zurückrunde der Saison 2015-16. zum Cheftrainer von Hannover 96 bestellt worden war. Zeitgleich kam auch Matthias Höhnerbach ins Trainerteam von Hannover 96. Im April 2016 wurde Wolfgang Rolf neben Cheftrainer Schaaf und Co-Trainer Höhnerbach aufgrund anhaltender Erfolglosigkeit nach rund vier Monaten beurlaubt. Verein. Europa-Pokal der Landesmeister. 1982-83 still mit dem HSV. UEFA Cup. 1987-88 still mit Bayer Leverkusen. Deutscher Meister. 1982-83 still mit dem HSV. Nationalmannschaft. Europameisterschaftsteilnahme 1984-1988. Erfolge als Trainer deutscher Pokalsieger. 2008-09 mit dem SV Werder Bremen. UEFA Pokalfinalist. 2008-09 mit dem SV Werder Bremen. Siebenmalige Champions League-Teilnahme. Golf Cup 2002. Platz 3 mit Kuwait. Westasien-Spiele 2002. Sieger mit Kuwait.